Ja, ich bin bereit. Um die meisten zu uns noch zu uns. Was machst du da? Was machst du da? Nein! Reichter Aufwand. Hui! Warte mal. Ja, okay. Oh, oh. Ich bin, ich bin eine gute Fahrer. Hey Leute! Was geht? Claudio hier mit? Katja! Katja! Katja hat sich endlich gezeigt. Und Katja, heute habe ich eine ganz besondere Aufgabe für dich. Und zwar, du siehst es schon, du siehst es schon. Du hast auch einen Führerschein, oder? Ja, habe ich. Du hast auch ein Auto. Und Katja, ich bin heute mal gespannt, wie du dich als Fahrerin schlägst. Heute darfst du den Fernboosimulator spielen. Also Freunde, ich bin gespannt und ich freue mich einfach, dass Katja das heute macht kann. Katja, weißt du was, wir wählen jetzt die Strecke schon für dich aus. So, ich würde sagen, wir starten auch bei Wien nicht, oder? Ja. Wo fahren wir hin? Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Neue Route. Ich kann es mir auch nicht sagen. Anscheinend auch Berlin, weil da halt nur so hin ist. Ja. Ja, aber ich muss grad schauen. Wie wir das jetzt machen? So Katja, bist du bereit? Warte mal. Ich muss hier in die Position kommen. Ja, ich bin bereit. Um die meisten zu uns noch zu... Komm, ich bin in Arcade. Würdest du noch deinen Charakter vielleicht anpassen? Oh, okay. Gut, können wir machen. Ich bin nicht männlich. Ich bin weiblich. Ja. Oh, wir haben... Oh, wir haben nur drei Stück. Okay. Okay. Das ist. Dann bin ich so... Das ist so aus. Okay. So Katja, bist du bereit? Ja. Warte mal. Achso. Okay. Ich freue mich schon, dass sie... Ja, ich freue mich schon einfach. So Katja, ich kann ja mal da hingehen. Dankeschön. Dankeschön. Warte mal, ich kann jetzt... Ich setze mich jetzt hin. Ich stecke die Passagiere hin. Ich muss jetzt... Wir müssen jetzt die Passagiere hin. Ja, wie machst du das jetzt? Ich weiß es nicht. Äh, die stehen da glaube ich. Man muss bestimmt mit denen ein bisschen reden, ne? Achso, stimmt. Okay. Guck mal. Ja. Weißt du was Katja, mach du das. Soll ich das machen? Ja, natürlich machst du das. Ich bringe die Sachen hin und du machst das. Komm. Ich soll das machen. Einlaufen. Wer bist du? Ja, äh... Komm ist korrekt. Komm, nimm die mit. Ja, weil... Bis nach Europa. Super, okay, komm. Ey Katja, Katja ist ja richtig ordentlich. Ne? No, my no, my no. Großتي! Nan! Das geht schon. Nein, das geht schon mal Marin. Ich bin ja dran. So, Katja, ist jede 250 mindsets. Die Nachricht. Na ja, es ist ein paar Masken. Ich bin entweder,�� Mesmerin. Das ist ein Minus. Aber ja, nein,ипadJa, veränd seine Netz an. Oh, mach das in eine Wraz. Aber das ist ja. separate Fr single, in den4 ze 위, Vert pan noi, no man? So, Katja, okay, schließ die Gepäckluke. Wie machen wir das denn? Nee, wie schließen wir die Gepäckluke? Draußen. Du musst wieder aufstehen. Warum fährst du? Warum fährst du eigentlich? So, wie machen wir das jetzt? Hä? Siehst du, Katja? Fahre ich nicht. Ah, okay. Kannst du fahren? So, Katja, du siehst auch deine Route, ne? Ich sehe meine Route. Wo ist meine Route? Ich weiß es nicht. Nee, du siehst keine Route. Da? Ja, da irgendwo. Also fahr einfach. Ich fahr einfach. Ey, Katja, was machst du da? Was machst du da? Nein! Leichter Unfall. Katja, wir können doch nicht so lange warten. Komm, mach mal eine Abkürzung. Hier, guck mal, wir nehmen eine Abkürzung. Ja, sehr gut. Es dauert sehr lange, bis es überhaupt irgendwie irgendwo hinzukommt. Also, Freunde, ihr merkt, Katja versteht, der spielt schon mal sehr gut, aber... Ey, ich spiel... Oh, ja, komm. Ja, gut, ich meine aber... Leichter Unfall, Leute. Leichter Unfall. Es ist nur leicht. Es ist nur leicht. Warum steht der auch da, oder, Katja? Genau. Warum steht der da? Komm. Aber Katja, das ist ein Parkungsauto. Ja, Katja, komm, schau zu. Wie fahr ich zurück? Weiß ich nicht, wenn ich stehe. Sehr gut, komm, Katja. So, jetzt rein. Das ist die Frage, wie können wir die Perspektive wechseln? Warte mal, das soll B-Fight sein? Kennen wir? Kennen wir das alles? Ja, doch, das kennen wir. Wo denn? Ja, in der Stadt irgendwo. In der Stadt irgendwo. Ja, doch, das kennen wir. Oh, da kannst du nicht fahren, Katja. Oh. Oh. Ja, Katja, komm. Sehr gut, komm, ich fahr mal für dich zurück. Boah. Wir werden alle sterben, was? Nein! Wir werden nicht sterben. Ich bin, ich bin eine gute Fahrer. Warte, lass uns mal gucken, ob wir vielleicht eine andere Sicht reinkriegen. Das hat wirklich alles damit angefangen, als du gesagt hast, nimm einen verkürsten Weg. Ja, lass uns mal gucken, ob wir vielleicht eine andere Sicht kriegen. Ja gut, ich dachte, wir können eine andere. Wir können auch schon jetzt so... Ah, guck mal, du hast eine Navigation da. Oh nein, das ist die Polizei. Das ist die Polizei. Oh nein, 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 nein. Oh, du kannst aber... Ich muss sagen... Ja, die andere brauchen... Ich war... Da war... Da war schlau. Ah, Katja, du bist... Du fahrst falsche Route wiedergefahren. Also, ich muss sagen, Katja... Ich... Ich guck nicht. Ich guck... Ich fahr einfach nur... Ich sehe, da sind... Da sind... Ähm... Autos. So, jetzt. Jetzt kann ich fahren. Du musst in die Richtung fahren. Oh, 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 jetzt nach links gleich. Also, gleich links. Da siehst du, guck mal, da ist dein Nobby. Da ist deine Strecke. Ach, so. So, jetzt links. Also, hier. Nein! Ja, okay, kannst du auch, glaube ich. Nein. Nein, kannst du nicht. Boah! So, jetzt. Komm, Katja. Jetzt, fahr nach links. Ach, da. Ja, genau. Ach, da? Ja, genau. Ach, da? Ja, genau. Ist richtig. Ist richtig? Ist richtig? Ja, genau, du bist richtig. Oh, Freunde. Also, wenn Katja Busfahrerin wäre, ich würde mich ansteigen. Ja, Busfahrerin nicht wirklich. Aber eine Autofahrerin bin ich ganz gut. Ja, guck mal hier. Machst du dich doch gut. Ich mach dich doch nicht. Schau mal. Wir fahren jetzt hier ganz lang. Huiii. 113 Kilometer und sie fährt, die fährt im Zickzack. Also, Katja. Ich bin eine gute Fahrer. Ja, guck mal. Du musst gleich links abbiegen. Ne, nicht weg. Also, hier kommt eine scharfe Kurve. Vorsichtig. Oh, oh, oh. Ey, die bremst Katja. Ich bremse. Ich würde sagen, ab jetzt ab jetzt nicht mehr Bremsen. Komm. Ja, Challenge. Ab jetzt nicht mehr Bremsen. Komm, Katja. Das wird schwierig. Das wird schwierig, Claudio. Das wird sehr schwierig. Ja, ich bin gespannt. Es geht. Ja, es geht. Ja, ich muss vielleicht nicht in die Kamera gucken, während ich fahre. Ein lustiger Fun-Back. Katja und ich haben zirka zeitgleich unseren Führerschein, ne? Echt? Ja, ich glaube, das ist ein paar Monate früher, aber ja, zirka zeitgleich. Echt? Ja, ja. Dann mal gucken, wie du das vielleicht mal machst. Ja. Fährst du eigentlich hier gut? Äh, nein. 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 Also, da gibt es noch einen Videofolger. Ja, guck mal. Oh! Ansteck fahr ich ja auch nicht. Fahrgäste auf Gelände. Was? Fahrgäste auf Gelände. Was hast du gemacht? Was hab ich gemacht? Warte, bleib mal stehen. Lass mal gucken, was es mit den Fahrgästen ist, Katja. Ja, okay. Alles gut. Sieht doch alles gut aus, ne? Ist doch alles gut. Ja, komm, sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob das alle sind. Oh, aber sie haben die Tür aufgelassen. Ich glaube, die Tür sollte nicht schließen. Oh. Ja. Hatten wir die ganze Zeit die Tür auf? Ja. Ich meine, ein bisschen frische Luft tut uns beiden gut. Oder? Ich weiß nicht, wie viel ich gefahren bin. Jawoll. Jawoll. So, Katja, wir müssen doch weiter geradeaus, ne? Ja, da fahren wir auch gerade. Ey, ich merke, aber Katja... Wie tun das? Wortschon hat zu hart getocht. Ja, komm. Es ist kein Unfall. Es ist nichts passiert. Aber schon mal, so umgebt ihr einen Schlauch. Sollt ihr vielleicht nicht wirklich nachmachen? Katja, du musst jetzt scharfe links rein. Ah! Hui! Hui! Warte mal. Ja? Okay. Oh, oh, oh. Komm, ich fahre mal riechtwärts. Ich fahre mal riechtwärts. So, jetzt, komm. Jetzt. Oh, okay. Oh, nein. Was ist mit dem Autobahn? So ein Roadie, sagen sie. Ey! Was haben wir mit den Bargästen? Ich bin ein Roadie. Aber was ich sagen muss, bis jetzt wollte keiner bei dir auf die Toilette gehen. Meine wollten hier die Köpfe auf die Toilette sein. Ich musste nicht... Ist egal. Ich würde eh nicht... Ich würde eh nicht... Okay, das stimmt. So, Katja, du siehst wohl nicht, ne? Ich hab die Autobahn. Ja, jetzt wird's lustig. Super! Ich meine, das ist... Das ist nicht lustig. Wow, what? Oh, oh. Oh, oh. Sehr lieb. Jetzt. Super. Ich sehe keine... Ich sehe gar nichts eigentlich. Komm, komm, komm. Komm mal ein bisschen nach oben. Oh, die Polizei. Katja, benimm dich. Ich bin... Ähm, ähm, ähm. Ich heiße Dacke. Wer ist denn der? Aber die sind schneller als vier. Warte mal. Was passiert? Ist da jemand? Ich glaube, jemand ist hier von mir. Warum? Weil ich gerade so... Soll ich kurz gucken? Oder? Nein, hier... Oh, da hat sie immer drauf. Komm, Katja, überhol die mal. Komm, ich meine, was macht der da? Ja, dann tue ich das. Wih! Oh! Oh! Ja, guck mal. Hier ist ein kleiner Unfall. Jetzt habe ich meinen Kap... Sorry. Ist mir doch egal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist uns doch egal. Komm, guck mal. Ich kann eigentlich hier so ganz leicht, ganz nicht fahren. Mit einer Hand fahren. Ist doch alles in Ordnung. Das sieht doch alles. Sorry. Blakes, Blakes. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh. 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 Ich bin, ich bin eine gute Fahrer. Ich würde mal sagen, ich kann jetzt nicht mehr lenken. Doch, kriegst du immer hin. Komm. Wie kriege ich das hin? Wie möchtest du, dass ich das hinkriege? Oh, du hast einen Staub verursacht. Ja. Katja, du musst schon wieder das hinkriegen. Komm. Wie soll ich das hinkriegen? Gib das. Gib Gas. Guck mal. Ich mach doch gar nichts. Wir sind... Oh, oh. Wir sind im Handy chillen. Also guck mal. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ich weiß es nicht. Da. Weißt du nicht, wie wir da rauskommen? Wie kommen wir hier raus? Guck mal. Guck mal. Wir chillen am Ende. Ich will jetzt einfach nur... Ne, warte, we're coming. Sitzt du hier? Ja, ich sitz da. Jetzt ist es so. Da. Ja, super. Und was jetzt? Wie sollen wir das hinkriegen? Das ist nicht... Das ist nicht... Ja, Freunde. Äh, somit enden wir das Video. Nein. Äh, Katja. Wie kann ich weiterfahren, Katja? Das Video ist... Also das ist leider gescheitert. Katja, du hast dich sehr gut angestellt, finde ich. Sehr gut? Ja, bis wir... Guck mal, wie wir... Wo wir gelandet sind. Am Ende. Bis wir auf die Autobahn kommen. Aber ich finde es schon mal sehr gut. Also ich muss sagen, dein Fasten war schon mal. Hat mir sehr gefallen. Hat dir sehr gut gefallen. Wie du die Staus umgehen hast... Ja, einfach... Umgang bist. Super. Hat mir auch super gefallen. Äh, Freunde. Schreibt ihr es in die Kommentare. Wie hat sich Katja für das erste Mal im Fernbus Simulator geschlagen? Ich meine... Alle sind doch happy. Genau. Alle sind happy. Die sind ein bisschen... Bisschen... Ja. Wir sind jetzt auch für den Stau zuständig. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, guck mal. Ich meine... Da sitzen auch Deutsche und Schild immer nur noch am Handy. Ja. Also es wäre nichts passiert. Ja, ist auch eine Leistung. Ist doch super. Ja. Also wenn es den Leuten... Wenn es den Leuten dann drin gut geht, dann ist das... Ja. Ja, Freunde. Wenn euch das ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und Katja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.